Nutze deine Chance und bewieb dich bei Herrn Kahl, jetzt auch per Video. Ihr sollt euch vorstellen, das heißt wer ihr seid, über eure Hobbys berichten oder was ihr in eurer Freizeit gerne macht. Und wieso ihr euch bei Herrn Kahl bewerben wollt. Was wir über dich wissen wollen. Zum Beispiel, weil ich gerne am PC arbeite. Ich mich für Technik interessiere. Ich gerne schraube. Mich Elektronik fasziniert.